Sicher hast du dir schon mal gedacht, dass du ein gewisses Feature gerne in der Kamera drin hättest. Das heißt jetzt nicht, dass es von anderen Herstellern sein muss, sondern manchmal gibt es auch Dinge, die einfach fehlen, wo ich mir denke, warum hat da vorher keiner dran gedacht? In der heutigen Quickie-Folge, in der ich immer wieder eine Inspiration zum Thema Fotografie, Bildbearbeitung oder dem Filmen für euch habe, möchte ich genau darüber sprechen. Was sind Features, die in Kameras einfach fehlen? Hallo? Ich habe da ein paar Punkte, die jetzt mir aufgefallen sind. Ihr habt mit Sicherheit andere Punkte, die euch auffallen, die für euch relevant sind. Ich möchte mal über so zwei, drei Sachen sprechen. Und zwar vollkommen egal, ob sie wirtschaftlich sind, ob sie sich lohnen oder sonst irgendwas. Einfach mal um, ja, wäre mal interessant, einfach so ein Gedankenspiel da hinten dran zu setzen. Und ich weiß, dass es wahrscheinlich nicht dafür sorgt, dass jetzt die Kamerahersteller voller Freude alles umsetzen, was wir hier auflisten. Nichtsdestotrotz fände ich es eine ganz interessante Idee. Zum ersten Mal habe ich gerade, weil ich sehr viel mit der Insta360 in den letzten Tagen gearbeitet habe, festgestellt, dass gerade diese mobile Konnektivität mit App und sonst irgendwas, die ist schön, die geht auch, aber sie ist trotzdem nicht stabil genug, damit man in irgendeiner Art und Weise mitarbeiten kann. Ich finde, das ist was sehr, sehr Verbesserungsfähiges, ne? Gerade, ich habe versucht, die Kamera wieder mit dem Handy zu steuern. Ich bin mittlerweile ein bisschen besser hinten dran, weil sie eine durchgehende Bluetooth-Verbindung hält. Aber WLAN aktiv aufrechtzuerhalten ist eine echt schwierige Geschichte und auch Bilder rüber zu übertragen ist fast unmöglich. Das könnte man doch mit Sicherheit einfacher umsetzen. Es muss nicht dafür sein, dass wir jetzt ein Smartphone in die Kamera einbauen. Auch nicht umgekehrt, auch wenn ich das Gefühl habe, dass sich diese Bereiche immer mehr treffen und dass wir wahrscheinlich irgendwann sowieso ein Hybrid haben. Die Smartphones werden immer mehr zur Kamera und die Kameras werden immer mehr zum Smartphone. Ganz übertreiben will ich es nicht. Nichtsdestotrotz so ein bisschen mehr diese Geräte koppeln hätte manchmal schon ein geiles Feature. Gerade, weil ich es gerne mal hier steuern würde für jetzt so YouTube-Geschichten oder sowas oder einfach als Monitor obendrauf oder sowas in der Art. Warum geht sowas nicht? Manche Hersteller haben Ansätze, will ich gar nichts sagen. Bei mir habe ich das bisher noch nicht so krass gesehen. Auch die Ansätze habe ich bisher noch nicht so krass gesehen bei anderen Herstellern. Es ist da, aber ausgereift? Schwierige Geschichte. Gut, als nächstes, um gleich diese Smartphone-Thematik noch ein bisschen mit reinzubringen. Man hört immer mal wieder von gestohlenem Kamera-Equipment und das ist ein Problem und sonst irgendwas. Doch auch hier ist Technologie vorhanden, die man theoretisch umsetzen könnte. Das hier, mein iPhone, das kannst du gerne mitnehmen. Das kannst du gerne klauen. Das ist überhaupt kein Problem, wenn du dreimal das Kennwort falsch eingibst, löscht sich das und verwandelt sich in Elektroschrott, weil du es nur mit meiner Apple-ID entsperren kannst. Oder mit dem Apple-Support, wo du dich authentifizieren musst. Ja, also das geht quasi nicht. Du kannst das fortschmeißen. Das geht mit Kameras nicht. Also, da hat keiner drüber nachgedacht. Ich will jetzt kein Kennwort jedes Mal eingeben müssen, wenn ich eine Hochzeit fotografiere oder so. Aber mal drüber nachzudenken, hier Sicherheitsfeatures mit reinzubringen, warum nicht? Zumindest mal um, ich weiß nicht, viele gibt es, die AirTags dran festmachen oder sowas in der Art. Aber wenn von vornherein klar ist, dass dieser Gedanke etabliert wird, jede Kamera, die ich klaue, kann man orten, kann man fernsprengen, kann man keine Ahnung was mit veranstalten, dann klaue ich die doch nicht. Das braucht vielleicht ein paar Jahre, aber irgendwo muss man anfangen. Das sind jetzt schöne Nebengeschichten. Es gibt noch mehr. Zum Beispiel GPS. Das ist ja in einigen Kameras schon umgesetzt. Das ist ja in einigen Kameras auch schon drin. Doch, ich bin da Smartphone verwöhnt, sage ich ganz ehrlich. Jedes Bild, das ich mit meinem Smartphone mache, hat GPS-Tag drin. Zum Teil suche ich gar nicht mehr mal nach Daten, also nach einem Datum, sondern ich gehe wirklich auf einen Ort. Ich sage, hey, das Bild hast du in Köln gemacht. Ja, stimmt, erinnere ich mich. Reingezoomt, raufgeklickt, fertig. Ich wusste genau, das muss da sein. Da sind es keine 5000 Fotos, die ich da mache. Thema erledigt. Warum geht das mit den großen Kameras nicht? Ja, geht. Ich spreche jetzt nicht davon, dass es nicht möglich wäre, das doch irgendwie zu veranstalten, aber mit externen Geräten, mit anderen Programmen, mit sonst irgendwas. Nicht eine Sache, die ich hier, ich mache das Foto und die GPS-Informationen sind einfach drin. So wie beim iPhone. Ginge doch. Ist das so aufwendig? Ich glaube nicht. Auch wenn wahrscheinlich wieder mehr Technik drin für mehr Probleme sorgt. Aber okay, man könnte drüber nachdenken. Ihr habt ja mittlerweile so verhalten Computer drin in dem Ding. Also fände ich eine ganz coole Idee. Vielleicht hat es auch schon den Hersteller umgesetzt. Wäre für mich aber kein Argument, jetzt die Kamera komplett zu ersetzen. Gut. Gehen wir doch mal ein bisschen mehr auf den fotografischen Part ein. Denn da gibt es auch so zwei, drei Punkte, wo ich mir denke, das wäre richtig cool. Mal ganz davon abgesehen, dass es keine Linkshänder-Kameras gibt, sondern dass du zwangsweise entweder dich umgewöhnen musst oder Rechtshänder sein musst. Das wäre eine coole Geschichte. Irgendeine passende Lösung für Brillenträger, dass man das Okular vielleicht nochmal anders einstellen kann, sich da Linsen reinsetzen kann. Das wäre vielleicht noch eine coole Idee. Auch wenn ich davon nicht so betroffen bin. Aber das letzte Video mit dem Fotografieren mit Brille hat schon einiges an Feedback gebracht, wo ich mir dachte, hui, es betrifft wohl mehr Leute, als ich in dem Moment gedacht habe. Aber gut. Das sind schöne Features. Ja, vielleicht die Zielgruppe einfach zu klein. Oder man engagiert sich einfach mit der Sache. Man engagiert sich mit der Sache. Ja, eben nicht. Aber wie wäre es mit Einstellungsthematiken? Sei es, dass wir die Automatik oder so eine Halbautomatik programmieren können, um eben zu sagen, hey, wenn es dunkler wird, mach doch erst mal die Blende auf, bevor du den ISO-Wert hochsetzt. Oder setz den ISO-Wert bis 1600. Und wenn er bei 1600 ist, fängst du an, die Blende weiter zu öffnen bis Blende 2.2. Und erst dann gehst du auf ISO 3000, 6400 oder sowas in der Richtung, um dann zu sagen, du gehst mit der Belichtungszeit runter oder so. Hier Einfluss drauf zu haben, ist, glaube ich, programmiertechnisch nicht so groß. Also, ich denke da eher so an, was weiß ich, wenn du irgendwie so Lego-Technik am Rechner programmierst und lädst es dann auf so den Motor und der macht das dann automatisch oder so. Das wäre eine coole Geschichte. Kann man bestimmt in irgendeine App oder irgendeine Software rein integrieren. Die Frage ist, ob es so viele Leute benutzen werden, weil ich stelle für mich selber fest, ich fotografiere fast alles manuell. Wäre aber ein Gedanke, hey, ich spinne hier einfach nur ein bisschen. Vielleicht ist es ja eine coole Sache, dass man sagt, hey, das wäre cool, das umzusetzen. Aber ich habe noch mehr. Die Liste ist irgendwie immer länger geworden. So Kleinigkeiten beispielsweise, dass du Fotos bewerten kannst in der Kamera. Weißt du, wir haben ja eigentlich in meinem rudimentären Gedankengang alles da. Also, die Kamera weiß ja, wann ein Bild scharf ist und wann nicht. Die hat ja ein Autofokusfeld gesetzt und stellt es ja selbstständig scharf. Die hat ja Gesichtserkennung und Augenerkennung und alles Mögliche. Warum sind das keine Metadaten, die man da mitgeben kann? Wo man später sagt, hey, ich habe in dem Foto 30 Gesichter erkannt, davon oder drei Gesichter erkannt oder so. Davon ist eins knackscharf, weil der Fokuspunkt drauf gesessen hat. Das nächste ist so lala, weil er ein bisschen zu weit vorne war. Und das darauffolgende ist halt irgendwie scheiße, weil der Opa durch den Hintergrund gerannt ist und deswegen komplett unscharf war. Das wären Geschichten, die... Die Technologie ist ja vorhanden. Die Gesichtserkennung, die Augenerkennung, die Tiererkennung und was alles noch mit reinkommt, ist ja da. Warum kann man das Metainformationen-mäßig nicht in die RAW-Dateien reinschreiben, um später in, was weiß ich, Lightroom oder wo auch immer eben sagen zu können, hey, hier sind 60% aller Gesichter scharf, deswegen ist das Bild so und so gut aus technischer Sicht. Wäre machbar. Auch solche Sachen, um auf den Punkt von vorher von der Automatikprogrammierung nochmal drauf zurückzukommen. Ja, wir können Belichtungsautomatik ja programmieren, die Messmethoden fein einstellen. Aber zu sagen, wie weit das gehen soll, gerade irgendwie Exposure-to-the-Write-Technik oder sowas in der Art, das geht halt nicht, um zu sagen, hey, bitte mach das Bild und schau, dass die Lichter maximal hier landen oder dass nie irgendwas dunkler ist als so. Wir hätten Möglichkeiten. Es wäre viel machbar, auch wenn das, glaube ich, ein bisschen dem entgegenwirkt, wofür die Automatik eigentlich gedacht ist. Weil sie ist ja dafür gedacht, um einem die Arbeit zu vereinfachen und jetzt verkompliziert man es wieder. Es wäre eigentlich auch nur darum, es geht ja eigentlich auch nur darum, die Möglichkeit zu haben und nicht zu sagen, hey, jeder muss das von vornherein einstellen, sondern wenn ich will, kann ich sagen, ETTR-Modus oder wenn ich will, sage ich, ich keine Ahnung, Black Level Zero-Modus oder wie auch immer man es nennen möchte. So Feineinstellungsgeschichten wären, glaube ich mal, ganz cool. Muss man halt zu nehmen wissen. Ganz klar. Was haben wir noch? Klar, solche Sachen, die öfters mal gefordert werden. Was weiß ich hier irgendwie, Open Gate beim Video, dass das nicht nur 16 zu 9 gefixt ist, sondern den kompletten Sensor aufnimmt. So Sachen, wie ich mir überlege, dass ich mal Einfluss auf Dateinamen habe, dass die nicht immer nur vierstellig sind. Damit hatte ich bei Sony ein Riesenproblem. Bei Canon geht's eigentlich, ne? Aber kann man ja auch noch andere Sachen mit reinnehmen. Das aktuelle Datum oder ich weiß nicht, irgendwie man gibt einen Kundennamen ein oder sowas in der Art. Da gehen gewisse Dinge, das weiß ich auch, aber es ist halt in den Menüs immer ein bisschen kompliziert und meistens ist man eh zu faul, das zu machen. Aber solche automatisierten Geschichten wären manchmal ganz geil. Hat mit Sicherheit irgendeinen Hersteller integriert, will ich gar nichts sagen, ne? Aber es wäre schön, mal Dateinamen zu haben, die nicht immer nur diese vierstellige Nummer sind, sondern da kann man, glaube ich, ein bisschen mehr rausholen. Sei es Datum, Uhrzeit oder sowas in der Art, um es halt einzigartiger zu machen. Aber gut, links in der Kameras habe ich ja schon drüber gesprochen. Diese Möglichkeit, Sony hat es, Hot Swap bei Speicherkarten. Ich weiß nicht genau, wie die Kameras reagieren. Ich habe mich bisher nicht getraut, im laufenden Betrieb mal eine Speicherkarte rauszuziehen. Aber gerade wenn du sowieso beim Filmen bist und hast zwei Speicherkarten und es wird nur eine bedient, warum kann ich die andere nicht wechseln? Also ich könnte ja hergehen und könnte sagen, hey, du nimmst bitte auf, jetzt sind wir sowieso endlich mal so weit, dass die Kameras mal unbegrenzt aufnehmen können. Und ich filme eine Richtung und auf eine Speicherkarte kann ich die zweite ja wechseln, wenn die voll ist. Und dann switchen während der Aufnahme und wieder zurück. Und theoretisch könnte man mit entsprechendem Speicherkartenwechsel durchgehend aufnehmen. Für immer, bis alles niedergebrannt ist und die Welt untergeht oder so. Oder man zu faul wird, Speicherkarten zu wechseln. Also sowas wäre zum Beispiel machbar. Oder irgendwelche Möglichkeiten, da externe Geräte dran anzuschließen. Das geht sogar auch mit dem iPhone. Ich kann eine Festplatte an mein iPhone dran schließen und kann da drauf aufnehmen. Warum geht das nicht bei der Kamera mit USB-C? Oder geht das mittlerweile und ich habe das einfach verpasst? Kann ja auch sein. Nichtsdestotrotz, das wäre eine coole Idee. Ich finde das geil. Gut, eine Geschichte habe ich jetzt noch zum Schluss, die noch nicht so 100% ausgegoren ist. Zwar das Thema Serienbild. Ich bin ja gerne jemand, der da richtig Gas gibt und eigentlich viel zu viel fotografiert. Was halt aber auch einfach daran liegt, dass man dynamisch auf Situationen reagieren muss. Und das heißt ja im Endeffekt, es gibt gerade jetzt Hochzeiten oder sowas in der Art Momente, da passiert sehr viel, da ist es sehr schnell, da brauche ich viele Bilder. Und es gibt Momente, da passiert nicht so viel. Da bräuchte man eigentlich weniger. Aber du stellst ja jetzt nicht die ganze Zeit schneller, langsamer ein oder sowas in der Art. Sondern meistens musst du halt gucken, dass du es nicht übertreibst. Ein cooles Feature wäre es eigentlich. Ich habe auch schon davon gelesen, dass es sowas geben soll. Und es wird halt nur nicht gekauft und keiner hat es angenommen. Aber vielleicht ist die Zeit jetzt so weit, dass man kann ja adaptiv einstellen, wie stark man den Auslöser drückt. Das gibt bestimmt eine Möglichkeit, das rauszufinden. Und wenn ich ihn halt fester drücke, geht die Kamera schneller. Wird die Kamera schneller. Dann machen wir halt keine 5 Bilder pro Sekunde, sondern 20 oder so, um halt eben nicht dauerhaft unglaublich viel Datenmüll zu produzieren. Sondern wenn ich halt nur wenig brauche, dann mache ich halt nur ganz wenig. Und wenn ich mehr möchte, dann drücke ich halt den Knopf nach unten. Das macht man sowieso schon automatisch, auch wenn es die Kamera nicht wirklich beschleunigt. Das ist halt so. Wie wenn man anfängt beim, ich weiß nicht, Playstation spielen, den Controller noch mit rumzudrehen, in der Hoffnung, dass es mehr lenkt oder sowas in der Art. Aber im Endeffekt genau dieses Prinzip fände ich eigentlich ganz cool. Und auch wenn das jetzt ein bisschen altmodisch klingt und vielleicht etwas komisch klingt, könnt ihr bitte Geräusche in die Kameras mit zurückbringen? Nicht wie bei Elektroautos, dass du das Gefühl hast, du wirst, keine Ahnung, von überholt oder überfahren oder sowas in der Art. Das meine ich nicht. Aber es ist schön, wenn ich während der Trauung hergehen kann und kann die Kamera quasi stumm schalten. Wenn ich aber ein Gruppenbild mache und alle stehen da und ich mache zwar 500 Fotos die Sekunde, aber das hört keiner, ist das zum Teil ein bisschen eigenartig. Zur Not macht ein Blinklicht dran oder ich weiß nicht was. Vielleicht keine Geräusche. So Geräusche aus einem Lautsprecher, das finde ich, glaube ich, das muss man richtig machen. Das könnte echt problematisch werden. Aber gut, das waren so mal grob meine Ideen. Ich hatte jetzt kein großes Konzept, keine große Idee dahinter. Ich wollte einfach mal raushauen und schauen, was ihr davon haltet. Beziehungsweise auch, was ihr vielleicht hier noch gedanklich mit reinbringt, wo ihr sagt, das wäre eine coole Idee. Oder das gibt es doch schon, was redet der da? Meine Kamera hat es halt nicht, deswegen spreche ich es ja an. Nichtsdestotrotz, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Lasst uns mal darüber sprechen, was hier interessant wäre, auch wenn wir wahrscheinlich das Ganze niemals umgesetzt bekommen. Aber wer weiß, können irgendwie Sammelbrief an alle Kamerahersteller schicken und gucken, ob jemand antwortet. Wer wird sich zeigen, wird sich zeigen. Auf jeden Fall, gerne in die Kommentare schreiben. Gerne auch mal vorbeischauen auf meiner Seite. Da findest du gerade zum Thema Fotografie, zum Thema Licht, zum Thema Bearbeitung und zum Thema Filmen eigentlich alle Bereiche, die ich hier auf dem YouTube-Kanal auch abdecke. Selbstverständlich passende Kurse, die dir einmal alles so in der Grundlage beibringen, dir einen Workflow mitgeben und dir einfach mal zeigen, so hey, das ist die Basis, darauf kann ich aufbauen. Du brauchst nicht so viele Fragen. Es sind nicht mehr so viele Fragezeichen im Kopf. Wie geht das? Funktioniert es überhaupt? Sondern du bist mal auf einer Richtung und kannst darauf aufbauen, kannst kreativ werden und bist nicht mehr durch die Technik limitiert. Deswegen gerne die Kurse auschecken. Und wir sehen uns im nächsten Video oder jetzt natürlich hier unten in den Kommentaren einfach wieder. Und wir sehen uns im nächsten Video